Ganz kurz hier, ein ganz, ganz wildes Mädchen. Was für ein Outfit? Ähm, Neptun-Girl! Oha! Planet Neptun! Ja, und das sind deine echten Haaren? Wie bitte? Sind das deine echten Haaren oder quer? Nee, das ist eine Perücke. Ah, Perücke, okay. Meine echten Haare sind blond. Warte mal ganz kurz, wo du herkommst, wie du heißt? Ich komm von zwei Brücken und ich heiße Paula Beckham. Also echt eine Saarländerin hier. Nee, ich weiß nicht. Grüß doch ganz kurz ein paar Leute. Ähm, ich grüße meine Klasse, CND und eigentlich ganz zwei Brücken und die VDZ. Okay, viel Spaß noch! Dankeschön!